Hast du nicht. Oh ja, der ist aber... Das ist aber heftig. Das ist echt heftig. Das fühlt sich ja fast schon in die Tücher ran. Geh dich mal drücken. Da bin ich an der Stelle dabei. Da mache ich erst mal... Da bewegt sich vorne zu viel, weil sich hinten zu wenig bewegt. Das ist ja wirklich übel. Ah, jetzt. Merkst du das? Jetzt kommt es. Jetzt komme ich hier mit auch weiter. Jetzt merkst du, jetzt fängt er an zu malen. Jetzt ist er gut. Das war eben... Ich schneide mir gleich noch ein bisschen. Fühlt sich an, als wäre es so eine Instabilität. Im vorderen Kostik. Ah, da ist es. Die ist so sensibel. Ja. Aber hier gehen wir nochmal. Das wird dir ein bisschen wehtun. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das fühlt sich schon so an. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sagen wir mal. Vielen Dank. Obwohl da ist schon was passiert, es bewegt sich schon etwas besser, es wird gleich schlimmer, wenn da einen besseren Tag hat. Das war nicht mein Liefer. Das ist ja auch mal. Gut. Ja. Fertig. Danke. Sehr gerne.